so jetzt aber wieder mit stimme also attacke vollgas finger wieder so an jetzt wieder richtig stimme ist wieder komplett da das heißt ich kann auch wieder quatschen nichtsdestotrotz wird es auch weiterhin videos geben ohne stimme und einfach nur kurze info videos die eben auch international gut und locker erkennbar sind als spots wo man dann einfach mal schnell reingucken kann um sich einen neuen spot raus zu suchen also beides wird es weiter geben das olle gequatsche und die videos mit musik so währenddessen schon direkt zum nächsten geilen spot gerannt 21 21 67 auf 15 meter auf 19 meter und jetzt geht's ab auf gute köder auf kokos und frucht und das hatte ich jetzt die letzten tage mehrfach probiert heute gehen wir erstmal wieder blind rein ja also ich habe es jetzt bis jetzt gerade noch nicht probiert ich hoffe das funzt so sie das setup aus also mit dem setup geht es hier rein die kombination der mendner hat mir gesagt algen jasse schon gesehen vom devil los der mal hat das hier getestet mit kokosnuss früchte und so weiter ja habe ich jetzt probiert und ja ich bin wieder mehrfach knapp an der schuppenkarpfen trophy vorbeigerasselt katastrophe aller schuppenkarpfen trophy an der alten festung ist und bleibt tricky was ich jetzt noch mal eben ändern werde ich werde einen größeren haken nehmen 10 ich gehe wieder auf kokos und früchte jetzt nehmen wir hier noch mal den zwanziger und dann gehen wir hier auf kokos sahne dann immer das 22 haben das heißt wir haben 20 22 schon ziemlich groß kokos nektar lassen wir so wie es ist und ich habe hier noch ein pv a genau kokosnuss und frucht so das heißt da haben wir das setup einmal so eingestellt so lassen wir das und das ganze machen wir hier auf 19 meter und dann natürlich wieder hier vorne hin auf 19 meter wir haben jetzt 15 uhr also gute uhrzeit für das ganze bremse kann sogar ein bisschen höher und dann gucken wir mal dass das läuft so zweites setup machen wir dann ähnlich mit 20er und 16er ist mir ein bisschen zu wenig da machen wir wobei ich darauf einige einige amure hatte schwarze amure egal ich mache das trotzdem so auf groß wir wollen nur noch groß das heißt die frequenz wird vielleicht nicht so riesig sein aber dafür halt die schwarze auf große brocken so zack auch raus damit perfekt das hat ganz geil hier mit so 50 gramm bleiben kann man halt ganz gut hier wenn man will so auf 20 meter ungefähr auswerfen dann macht man so bis 20 nach das passt gerade ganz gut auch hier 1er haken das ist ein bisschen mächtiger ich gehe hier auch noch mal auf 1 0 und ne weißt du was wir machen wir übertreiben es hier ich nehme 2 0er haken ich nehme den kokos sahne 22 und ich nehme kokos fruit 25 und das ganze hier auch noch mal so ok 19 meter und da geht schon los perfekt einmal und noch ein weiteres mal dann haben wir jetzt 1 2 3 pva 4 und jetzt kommt hier gleich wieder 5 und das ist dann erstmal genug so perfekt also die letzten tage hier an der stelle mehrfach gestanden mehrfach richtig kohle bedeutet also locker mal um die na ich sag mal locker mal um die 200 silber in der stunde bis 2 2 bis 300 silber pro stunde mit schuppenkarpfen mit weißem amur mit schwarzem amur ging alles hier rein schwarze amur hätte natürlich noch größer sein können schuppenkarpfen 14 15 17 18 kilo überhaupt kein problem 20 kilo war leider noch nicht dabei wird aber bestimmt irgendwann rein rasseln 20 kilo schuppi kann einfach nicht mehr so lange dauern wie gesagt gerade jetzt im moment lief das wirklich gut wir können gerne auch noch einen wettangeln machen vielleicht gucken wir mal dass wir dann abends uns hier nochmal entspannt im live stream hier hin hocken und dann machen wir ein entspanntes wettangeln auf die besagten also weiße amur schwarze amur und natürlich schuppenkarpfen vielleicht rasselt dann ja für jemanden der schuppenkarpfen wieder rein wäre halt richtig cool nach wie vor ist es natürlich von den uhrzeiten so dass wir in der mittagszeit so ein bisschen eine pause haben und deutlich bessere frequenz in den morgen und abendstunden haben merkt man nach wie vor genauso auch in der nacht ist es ein bisschen weniger für den schuppenkarpfen aber dafür ballern nachts dann auch gerne mal die amur mehr rein jetzt müssen wir mal hier eben gucken zweimal die schepping schon die wollen wir natürlich nicht haben pva wieder runter und raus damit so und so perfekt ja und jetzt heißt es natürlich warten wie gesagt wenn ihr ein bisschen mehr frequenz haben wollt was ja auch wirklich gut ist dann hat man eher so die die schuppenkarpfen ich sag mal so bis vielleicht eher zehn kilo bedeutet wenn man hier mit einem etwas kleineren set ab sich hinstellt und sagt ja also die ganz großen brocken brauche ich nicht unbedingt dann vielleicht eher einen vierer haken bis einser haken nehmen und wenn ihr sagt okay ich gehe auch aufs ins volle rein dann auf jeden fall auch die größeren boilies wählen denn dann kann da schon was dickeres halt drauf reingehen ich habe jetzt hier die deutlich größeren boilies wenn ihr sagt ihr wollt nicht so die ganz großen brocken hier dran haben dann wie gesagt auch die kleineren boilies heißt also hier vielleicht bei kokos da war ja schon der 16 16 und hier 15 und dann ist man da auch ein bisschen kleiner mit unterwegs im durchschnitt heißt aber auch es können die dicken fetten brocken auch immer noch auf so kleine boilies reinballern kann man leider nicht so ganz ausschließen wenn so ein großer brocken sagt aller dem bolli schluck ich mir mal eben noch weg ja dann muss man eben gas geben und rennen dem fisch hinterher rennen dann ist man hart im drill ja ich rechne hier jetzt gerade mit einer deutlich geringeren frequenz wie gesagt die letzten tage hatte ich das auch häufig gemacht dass ich das nebenbei einfach hier gemacht habe ich habe mich hingockt habe dann nebenbei so ein bisschen noch auf twitch im live stream geschaut oder einfach auf youtube ein paar videos reingezogen und habe dann während dessen einfach hier ein paar schuppies rausgezogen wie gesagt der größte mit knapp unter 19 kilo also im großen und ganzen war es schon echt gut und wie gesagt frequenz war auch gut ich bin gespannt wie das jetzt gleich hier abgeht ja ab jetzt heißt es halt warten der spot ist bekannt futter mische ist noch nicht bekannt also vom spot her sollte glaube ich klar sein 21 67 main spot und futter mische gucken wir noch mal eben rein hier ist noch eine drauf pva ich habe hier die mit den mit den 20 gramm drin und da haben wir hier die erbse und kokos feeds feed pellets und dann habe ich hier mit drinne nuss mische und tutti frutti es gibt ja es gibt ja es gibt ja es gibt ja nicht nicht kokos und frucht klassisch und die kombination quasi zwischen kokos und und cream kokos sahne und und dann die die nass die die nuss und 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 tutti frutti feeds das ist halt irgendwie eine ganz coole kombi und dann habe ich hier kokos sahne oder kokos cream auch noch mal das ist halt jetzt alles grob in eine richtung ob das hier jetzt der burner ist weiß ich gar nicht weil es ist ja bei bei kokos bei kokos und frucht kokos und früchte ist es ja nicht weiter beschrieben welche früchte ist das helle früchte also gelbe früchte rote früchte wie auch immer also es ist halt von der aromatik schon sehr random und deswegen habe ich einfach da random tutti frutti im pva mitverwendet und wie gesagt bisher lübt es ganz gut und es sind ganz schöne brocken bisher reingegangen bin ich echt ganz zufrieden damit die frage ist halt einfach ballert hier irgendwann mal die trophy rein und es ist natürlich auch ein anderes angeln will man auf frequenz und viele fische rausziehen das ist halt eher ich sag mal low und mid level angeln dass man auch noch skill punkte bekommt für jeden fisch oder will man einfach seine trophäen abhaken und für mich ist es einfach nur noch ein trophy abhaken bedeutet ich gehe auf extra große boilies und versuche hier mit futtermische ich könnte sogar die die erbse im pva weglassen und stattdessen vielleicht auch die und auch so so die basics weglassen und dann vielleicht eher noch mal mit geschredderten boilies hier angehen guck mal hier schwarze amur guck mal hier ja next also schwarze amur auch immer wieder waren mehrere um die sieben kilo dabei also funktioniert also auch richtig richtig cool ja so sieht es aus zack futtermische noch mal raus ich hatte übrigens apropos futtermische ich hatte bis zu na ich würde sagen auf jeden fall über 20 ladungen futtermische auch an dem sport und es lief immer noch richtig richtig gut aber ich sag mal so richtig also dieses aktivieren so um die 10 dass es dann voll aktiv ist und dann auch bis 20 futtermischen oder futterbällchen an dem sport überhaupt kein problem damit gehabt lief lange lange zeit dann immer mal wieder pause gemacht so wie jetzt jetzt quasi die pva ist alle runter das letzte pva ist draußen und dann werde ich jetzt quasi erst ich sag mal so wir haben jetzt 19 uhr vier uhr morgens hänge ich dann wieder ein neues pva dran zack next jawoll so mag wie das ist aber noch nicht richtig groß aber immerhin immerhin geht er rein so und dann halt wie immer schön rein in den blank volle power und dann gucken dass er hier an kommt der schuppi jawohl da ist er wieder schon ganz vernünftiges gewicht aber leider noch lange nicht das zielgewicht 10 bis 15 oder was wir da haben ja na siehst du 15 kilo schuppi schmeckt doch schon der kleine glubschi also weitermachen jetzt und auf die große trophy hoffen endlich hier an der alten festung na guck mal da wirkt die futtermische und auf einmal rasselten auch die schuppis rein also geht doch so petri lümmels zieht raus die brocken ich werde mich jetzt hier schön zurücklehnen ein bisschen entspannen und ein paar brocken rausziehen wenn es dir geholfen hat daumen da lassen hilft mir kanal abonnieren hilft mir mega und dann sehen wir uns in einem der nächsten videos oder im livestream auf twitch montags mittwochs und freitags 19 uhr petri und dann sehen wir uns in der nächsten video